So, da sind wir mitten auf dem Schlachtfeld. Wer ist als erstes dran? Natürlich ich! Okay, recht. Wählt dein Inventar aus. Ja, ähm, okay, ähm, oh Gott! Und du musst auf alle schießen, die nicht grün sind. Ähm, ja, das ist mir klar. Nicht verzweifeln, das macht es nicht besser. Ähm. Hä? Ich wollte doch gar nicht schießen. Ach so, springt man. Ach so! Bildfüller machen es am Anfang alle. Ja. Ähm, okay. Zweimal irgendwann entgegengeschossen, aber okay. Oh, 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 ich sehe hier was. Ja, eine Mine, einfach reinspringen, das hilft uns allen weiter. Niemals. Ach, schade. Da haben wir den Diminutio von der lieben Tracina ein bisschen beschädigt. Da geht noch mehr. Oh, oh. Emi hat sich auch einen wunderbaren Platz ausgesucht, also fabelhaft. Oh, Kitty ist dran mit ihren Freundkatzen. Na, warte, Pille. Baseballkeule, Baseballkeule. Nein, Pille wird sterben. Jetzt kommt's. Ihr seht die letzten Sekunden von dem Bordratspille. Wird erst mal ein Tuch angezogen? Oh Gott. Bäh. Tschüss, Pille. Großstadtbomber, okay. Oh, der Gratte ist dran. Wo zur Hölle sitze ich da denn, bitte? Was soll ich da denn Schönes tun? Ja. Pinguin sitzt hier in der Mitte, kann nix machen, außer sich wegporten, einbuddeln oder irgendwas anderes schmeißen. Eine großartige Idee gibt es zufällig schon. Ähm, nee. Doch. Viel kannst du am Anfang nicht machen. Oh, jetzt fängt er an, hier rumzubasteln. Kann ich nicht. Zu weit weg. Das ist verletzt. Ich könnte halt nicht mehr, doch, ganz in meiner Nähe. Ich dachte, ich baue da einen Stahlträger um meinen Kollegen. Das hilft mir nicht. Nee, leider nicht. Gut, aber während Doc hier gerade rum teleportiert, stellen wir mal ganz kurz die liebe Tracina vor. Das ist nämlich eine von den Let's Playerinnen, die ich des Öfteren gucke. Und deswegen war es mir einfach mal heute eine Ehre, dass sie zugesagt hat. Hallihalöchen. Ja, dankeschön. Ähm, ich finde es auch total cool, dass du gesagt hast, dass ich hier mitmachen darf. Und jetzt ist Emi dran. Say what? Toll, was willst du denn da unten, ey? Du hast wenigstens eine freie Fläche, in deren Richtung du schießen kannst. Na, unten links ist der Wind, der spielt gerade ein bisschen gegen dich. Das heißt, du kannst keine schönen Kunstschüsse machen. Na doch, das würde reichen, damit man mit einer Zielrakete hochschießen kann. Ja, Zielrakete würde gehen. Darum sitzt so ein Haufen gelber Würmer. Die kann man damit perfekt erreichen. Das Problem ist, ich kenne die meisten der Waffen, kenne ich einfach überhaupt nicht. Da gibt es irgendwas, was aussieht wie eine Rakete und ein Zielkreuz dran. Irgendwo oben links, was hilft. Hier ist auch ein Ninja-Pfeil und sowas, also. Das heißt übrigens nur noch gute 10 Sekunden. Ähm, 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 oh fuck. Ich kann nicht von der Druck arbeiten. Das wäre gleich mehrere Runden im Spiel. Scheiße. Hast du es überlebt? Aber, ähm, ich finde es ziemlich cool, dass du meine Videos guckst. Das war mir gar nicht so bewusst. Finde ich cool. Immer mal wieder. So. Großstadtbomber. Bock. Ich würde sagen... Nein. Und tschüss. Das war jetzt ich völlig daneben. Bye bye. Ja, okay. Ich bin wieder auf Selbstmordmissionen. Sehr schade. Bitte kommen, großer Vogel. Apropos Tracy's Let's Plays. Es sollten eindeutig mehr Leute Doom und Destiny gucken. Das ist großartig. Ich bin da so begeistert von. Das ist ein Hammerspiel. Ja, es ist auch ziemlich geil. Ich lache mich auch jedes Mal total schlapp. Das ist einfach so geil. Man sollte dazu sagen, es ist vielleicht ein bisschen was für die Leute, die halt Paper-Rollenspiele mögen, aber ich finde es großartig. So, du hast auf mich geschossen. Äh, Kitty hat hier gerade einen fiesen Hit gelandet auf einer Würmer. Vor dir hast du Moschen. Oben hast du die liebe Kitty. Und ganz oben, ganz, ganz oben könntest du ein richtiges Massaker anrichten. Auf der Brücke. Richtig, aber mir reicht schon mal das. Nein. Oh, Chitara hat es gerade noch geschafft. War halt nur nur hört man da. Wie geil. Oh, okay. Ähm, gut. Alles klar. So, ähm. Oh, fuck. Wie war das nochmal? Ich glaube, es ist so. So, Enter ist Springen, Leertaste ist Schießen, ne? Je länger du drückst, um so. Das war doch mal ein guter Schuss. Yay, ich habe mal was getroffen. Flora hat immer quer durch die Gegend geschubst. Es gibt immer ein erstes Mal. Ja, ja. Yay, mein erster Treffer. Direkt rot und Kalender markieren. Das muss man feiern, das sollte man in Erinnerung halten. So. Auf jeden Fall. Jetzt sollte ich aber... Oh, 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 oh. Jetzt solltest du mal auf Enter drücken. Ja, genau. Nein. Doch. Ich drücke nicht auf. Tu es. Du willst es. Ich weiß es genau. Los. Du willst es. Los. Gib es zu. Du willst es genau... Gib es endlich zu. Nein, nein. Das ist nicht Enter. Nein, nicht das Kampfschaf. Lutz. Nein. Oh. Tschüss. Oh nein. Das war Mu-Wurm Nummer 3. Okay, ich gebe zu, das war vielleicht noch ein bisschen cooler, als auf Enter drücken. Du hast gewonnen. Oh Mann. Sehr krass. Mu tötet sich total. Selbst. Oh mein Gott. Ich hätte ja irgendwie erwartet, dass du als diejenige, die das Spiel jetzt quasi zum ersten Mal spielt, dich da viel besser drin anstellst, im selber töten. Aber Mu ist da heute echt eine Krönung. Ich bin nur ein bisschen abgelenkt, weil unsere Kitty endlich redet. Tja, Kampfhams dann, ne? Er schreit. Das schreien kann er ja. Und er lebt sogar noch. Hm. Na, mhm. 13 hat er noch. Hallo? Da oben brennt es immer noch. Spendel, spendel. Ja, der hat ja vorhin nur überlebt, weil ich zu doof bin zum Zielen. Äh, okay. Ich bin auch nicht besser. Ich gebe es zu. Ach, der Nächste. Die kommen noch. Ich habe geduldet. Oh, ja. Oh Gott, okay. Tracee hat es da an. Ja. Ähm. Okay, äh. Es gibt auch Nahkampfwaffen, falls du auf den Wurm vor dir draufhauen möchtest. Nein, das willst du nicht. Doch, das will sie. Ich glaube, sie will rechts den Kampfhamster kriegen. Nein, nein, nein. Der Kampfhamster hat ja nichts getan. Der hat ja 13 HP. Und sie spielt schon mal gut in die Richtung. Das ist ein ganz harmloser Kampfhamster. Der kann man einfach ignorieren. Der tut auch nichts. Nein, nein, nein. Ach, verdammt. Und da stirbt er. Tschüss, Kampfhamster. Yay. Mein Name, ein kleiner Kampfhamster. Und wir sehen mal einen Kampfschleiden. Ich hab mir extra dieses coole Mayhem Jurassic Park dir ausgesucht. Mwahaha. So, was macht Muu? Muu hat jetzt hier nicht mehr zu viel zu tun. Du hast ja jetzt nur noch ein. Wir machen mal was. Gebratene Würmer. Oh, ja. Gebratene Würmer. Da kommen sie! Sehr vitaminhaltig. Oh Gott. Au, au. So. Autsch. Hab was Glaus getötet. Au. Wir sollten im Kalender anmerken, Muu hat zum ersten Mal in der Runde nicht seinen eigenen Würmer getötet. Das ist ein ziemliches. Alter, Oren kriegt ja nur noch aufs Maul. Ja, das ist auch gut so. Der Arme, ey. So. Hallo? Natürlich sind alle Zuschauer, ähm, quatsch, alle YouTuber, die heute mitmachen, also Doc und Tracy, sind beide verlinkt und in der Videobeschreibung. Einfach mal draufklicken. Lohnt sich. Immer wieder. Vor allem bei Tracy, die können das deutlich besser als ich. Was kann ich besser als du? YouTube-Videos machen. Eindeutig. Ach, quatsch. Ist mindestens genauso gut. Ich bin mal gespannt, was sie da jetzt verbrechen will. Selbstmordkommando. Okay, jetzt sehen wir mal eine Lenkraketen. Die war ein bisschen zu stark abgeschossen. Aber die Mini ist noch aktiv. No, das trifft ihre eigene. Oh, wie ärgerlich. Das war alles Absicht. Oh ja, klar. Ich wollte es nur in die Irre führen. So, Doc. Was ist denn dieses grüne Ding da? Wenn man da draufschießt, kommt Feuer raus. Ah, okay. Dann wollen wir doch mal austesten, was das hier so kann. Ein Maschinengewehr auf Commander. Los. Platsch. Ah, da ist noch ein bisschen mehr. Oh, sehr gut. Das ist nicht der Wasser. Juhu. 44 HP verloren. Mein Plan war nicht, dass der explodiert und den anderen Wurm nehmen sich mit in den Wasser reißen. Das hat nicht ganz funktioniert. Okay. So, ähm. Okay, da musst du jetzt erstmal hier rauskommen. Ähm. Wie springe ich nochmal mit? Enter. Ah, ja, genau. Doppel-Enter ist rückwärts springen. Da gar nicht raus. Toll. Bitte Wahnsinn. Du kannst dich nach links drehen und Doppel-Enter drücken, dann machst du so rückwärtsseite. Doppel-Enter. Genau. Das kann man ja, wenn man auch machen. Luft an den Griff geht, aber nur von oben, ne? Ja. Ja, zum Beispiel auf... Das ist der Falsche. Das ist der Falsche, den du dir da ausgesucht hast. Das war der richtige. Er hat das gar nicht verdient. Und den wolltet ihr doch gar nicht haben. Was macht ihr denn da schon wieder? Du hast mich runtergeschossen, ne? Nein, nein, das bildest du dir alles nur ein. Ja. Mein Name ist Ratti, ich weiß von nichts. What do you think, Master? This is our business. Hm. Ich würde gerne mal was testen. Selbst in die Luft sprengen. Ich hasse es, wenn er das sagt. Oh, no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Aber alle haben sie überlebt. Schade. So, Kitty ist dran. Pass, Moment, um einfach ein Dynamit hier abzulegen und zu sprengen. 24er Piazza noch. Sie hat hier drei Gegner in unmittelbarer Aufgebung. Äh, ja, drei, genau. Na eigentlich, ja, vier, aber an den kommen sie nicht so gut ran, außer mit irgendeiner Lenkrakete oder so. Oh, ich sehe da Napalm. Oh Gott. Ist das eine Clusterbombe? Nee. Oh. Und selbst mitgeröstet, weil man es kann. Dabei wollte ich eigentlich eine Regenadrosion machen. Tja, das hat leider nicht funktioniert. Aber ihr spielt ja wohl nochmal eine Wurmlänge voraus vor eurem Abgrund. Ah, jetzt bin ich mir echt gespannt. Ja, ich auch. Ich glaube, am besten aufgestellt ist noch Doc, ne? Mhm. Aha. Ja, der olle Großstadtbombe war da hinten. Den hatte ich ja versucht vorhin rauszunehmen, hat er nicht ganz geklappt. Da gab es ja den ein oder anderen Unfall. Was ist das für eine Waffe? Die stellst du hin und die schießt auf alles, was sich bewegt. Das Problem ist, es muss sich auch was bewegen. Oh, 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 oh. Okay, ich mache das einfach. Sieben, sechs, fünf, vier. Und tschüss. Tschüss, Auron. Nee, doch nicht. Doch. Ja. Es riecht dir nach Wurm. Guck mal, er tanzt schön. Das waren 123 Schadenspunkte auf einmal. Wer hat es hier drauf? Von Napam am Morgen, ne? Genau. Ich liebe den Ruf von Napam am Morgen. Ach du meine Güte. Einfach auf Enter drücken. Wie kann man sich eigentlich teleportieren? Es gibt rechts bei der Ausrüstung so Teleporter. Zwei Stück Not-Teleport, teleportiert alle deine Würmer. Du kannst nicht auswählen, wohin. Und darunter gibt es den normalen Teleporter. Der ist... Oh, es gibt einen Not-Teleporter. Der Not-Teleporter. Preziser. Oder was? Der teleportiert alle. Teleportiert alle. Oh, hier, okay. Dann mach ich... Dann kann ich jetzt einfach sagen, wo er hin soll. Genau. Zum Beispiel auf das Feuer ist eine gute Option. Äh, nee. Nee, nee, nee. Aber da ist es schön warm. Das kann man bei der Jahreszeit ganz gut gebrauchen. Acht Sekunden hast du noch. So. Kann man wenigstens mal vielleicht mit ihm was machen, wenn er nicht runtergeschossen wird? Zum Beispiel mehr Napal empfangen. So, das mach ich jetzt aber auch. Und ich lass mich jetzt einfach mal überraschen. Wo ich lande. Ich mach mal die Not-Teleportierung. Also hast du nur noch einen, von daher... Oh, der ist bei Ballard gelandet. Dein Wurm findet's boring. Hm. Oh, Kitty ist dran. Oh, 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 oh. Drei Gegner in unmittelbarer Entfernung. Und Pinguin hinter ihr. Musst aber aufpassen, dass du das eigene nicht rufst. Spinnen darfst. Ups. Pinguin, Pinguin, alles das Gleiche. Nein, nein. Das ist einer, der hat eine große Kanone. Und die wirst du auch noch schon noch zu spüren bekommen. Das klang jetzt seltsam vertraut. Aber gut. Lassen wir das. Arrrr. Oh, der packt wieder das Maschinengebett. Schieß doch fiese. Und Moschen. Voll fies. So. Der sitzt da auch sehr gut. Oh ja. Verdammt, der sollte eigentlich in die andere Richtung fallen. Das Ballard getroffen. Ich glaub, der hättest du andersrum schießen müssen. Das Problem ist der Wind, der da halt ein bisschen schwierig das macht, damit der meinen Schuss nicht zu weit nach links zieht. Ach, was? Ja, toll, ey. Was willst du, ey? Oh Gott. Das Zauberwort heißt Dynamit. Du stehst da an einem Abgrund. Wollte ich dir nur mal geraten haben. Ja. Dass du nicht zu weit nach links gehst. Sonst macht's blub. Ähm. Und sie teleportiert sich. Weit weg. Du kannst mit dem Mausrad auch rauszoomen. Ähm. Schön, dass sie da sind. Aber wir möchten keinen neuen Staubsauger kaufen. Sie können bitte direkt wieder gehen. Äh. Guten Tag. Mit acht Lebenspunkten, ja. Du hast sowieso beim nächsten Mal weggeschossen. Vor allem, weil... Ja, weil du häufiger dran... Wenn du weniger Blümer hast, dann bist du vor mir dran und kannst mich halt einfach ins Wasser hauen. Genau. So. Ich werde jetzt Kitty wehtun müssen. Weil sie das Herzige ist, die ich erinnern dir ist. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Bös Amor. Nein. Böse. Auf. Hast du selber liebt. Alles gut. Kannst dich ja jetzt beim rächen. Hallo? Genau, die sind dran. Bitte kommen, großer Vogel. Bitte kommen, großer Vogel. Es fliegt und es wird gleich brennen. Oh Gott. Was ist das denn? Bitte kommen, großer Vogel. Oh, 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 oh. Hm, ich werde rumpeln. Au, 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 au. Au, 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 au. Oh, au, 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 au. Sömmchen deep fried. Boah, Kratter so in der Ecke bleibt der hängen. Da sind wir doch voll festgebissen, ne? Hallo? Hallo? Ja, sorry. Und ich sehe eine Granate. Das ist bis runtergefallen. Ich glaube nicht, dass du das beabsichtigt machen. Doch, doch. Der hat eh keine Lebenspunkte mehr. Das passt schon. Habst du gesagt... Was? Du tötest dich selbst. Ja, und nehmen aber den anderen Wurm dafür fast komplett mit. Das ist okay. Aber auch nur fast. Ja, das reicht aber. Damit verhindere ich, dass du mit deinem Wurm da hinten vor mir dran bist. Hiya. Ähm. Yes, Ma. So, Moschen. 7 HP. Hat eine Chitara vor sich. Mit 21 HP. Das sind übrigens alles Katzen. Klee da oben hat noch 100 HP und guckt so ein bisschen in die Luft und fühlt sich die ist ein bisschen... Die hat dir nichts getan. Unbeteiligt. Die ist auch garantiert. Nein. Wow, ich komme sogar noch ein bisschen hoch. Tschüss, Chitara. Bye, bye. Nein! Ach, bist du doof, ey. Egal. Egal. Du hast es sogar nicht. Komm, töte ihn. Das ist schon okay. Vielleicht kriege ich dann den anderen mit. Ach, egal. Ich bin doch nicht so wirklich in dem Spiel vertraut. Alles Ausreden. Also ich meine mal, wie oft habe ich jetzt meine eigenen Würmer getötet heute? Noch nicht oft genug. Ball von drei. Mist. Wird schon der Double Kill geworden, aber nein. Total daneben. Ja, und da ist dann der kleinen Glocke da. Komm, töte uns beide. Bitte kommen, großer Vogel. Jetzt bin ich gespannt. Oh, okay. Das tat weh. Schießt du auf den letzten Move. Bitte hat es auf jemanden abgesehen. Ja, das ist gemein. Ich finde sie sehr super. Genau auf die richtigen Würmer. Auf die in die armen kleinen Gelben. Ach komm, der. Der macht da eh nichts. Ja, sorry. Scramble, scramble. It's over, I have the high ground. Hm. Ich hör da was. What's that noise? Winke, winke. Ich glaub, das war's mit dem Move. Move raus. Oh. Verschwörung. Ich wittere Verschwörung. Oh, cool. So, ähm. Ich liebe Überrasse. Okay, ähm. Tracina hat noch zwei Würmer. Drei Würmer. Doc hat noch zwei Würmer. So. Kitty hat noch drei Würmer. Und wir haben noch anderthalb Minuten bis zu sudden death. Ja, sudden death. Alle haben nur noch ein HP und das Wasser steigt. Oh, großartige Erfindung. Oh nein! Au. Oh, jetzt sammeln sie sich da unten. Oh, der geht aber hoch. Der kriegt auch den Wasser schaden. Wenigstens bin ich nur auf diesem Ding hängen geblieben und nicht direkt im Wasser gelandet. Das ist schon recht viel wert. Ja. Irgendwie schon, ja. Malu? Malu? Ich habe so das Gefühl, das wird so ein Kopf an Kopf ran zwischen Doc und Kitty. Mit Penguin und, äh, wie heißt Claire oder wie heißt der jetzt, der Klapprang ist? Clio. Clio. Nein, no Clio. Das Problem ist, ich sitze weiter unten. Clio hat sich gerade mal neu bewaffnet. Hat eine Kiste eingesammelt. Ja, mal kurz abräumen. Mal kurz abräumen. K-O-Undschütze. K-O-Undschütze. Er hat es ja wenigstens auf die Mine zielen können. Nein, nein. K-O-Undschütze, ehrlich. Wir haben das genau aufgemessen, dass das so passend wird. Du solltest vielleicht sagen, dass es eine Comicserie ist. Ja. Genau. Clio ist aus einer Comicserie. Oder aus einer Fernsehanimationsserie, wie auch immer. Oh Gott. Ach, was soll das denn jetzt? Nee, egal. Nee. Wohin hat es sowieso nicht mehr gebraucht. Wow. Da war das Wasser ein Stück zu tief. Einen Tick, ja. Naja, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Meine Kuh ist damals in einer Pfütze ertrunken, weil sie müde war. Das war großartig. Ich hatte immer eine Schildkröte und dann ein Eisbär. Und auf der allerletzten Insel, kurz vorm Bosskampf, hat das Spiel entschieden, und ich habe jetzt einen Bug, du kannst nicht mehr weiterspielen. Da war ich schon mal zu her. Und da kommt wieder eine Bombe von oben. Ich habe auch mit diesen ganzen Bunkerbomben auf den Kopf zu werfen, das tut echt weh. In der nächsten Runde sieht das alles ein bisschen anders aus. Da spielen wir nämlich verrückte Kisten. Da muss man sich selbst um seine Munition sorgen. Ja, schon bist eingetroffen! Was nicht, dass man so davon überzählig mäßig viel hätte. Hallo? Tja, da hast du weniger Waffen als Arsenal und musst dann halt per Kisten das Arsenal aufstocken. Das ist sehr lustig. Okay. Und da kommt die nächste Bombe. Oh, da war ein Schaf drin in der Kiste. Mit Betonung auf wahr. Und Doc ist im Moment im Vorteil. Hat die meisten HP. Pure Kompetenz. Und Sudden Death. Alle haben nur noch ein HP. Das hat sich jetzt in Soho erledigt. Und das Wasser steigt. Uncool. Ganz uncool. Was kommt jetzt? Ich glaube, wenn das ein Luftschlag ist, nein. Oh, das ist kein Luftschlag. Oh, oh. Endlich hat sich zerlegt. So. So. Okay, Doc hat nur noch einen Wurm. Oh, yeah. Die Kitty hat nur noch einen Wurm, der ist nicht gerade ertrunken. Oh. Das ist ja voll böse. Alle haben nur noch einen Wurm. Mu ist raus. Möp, möp, möp. Hallo? Verständnis! Warum haben wir jetzt eigentlich nur noch ein Leben? Weil die Zeit unrechtshaft gelaufen ist. Wir waren zu langsam. Ah, okay. Wir haben uns nicht schnell genug umgebracht, oder was? Richtig. Und dabei habe ich mir solche Mühe gegeben. Wir hatten irgendwie 15 oder 20 Minuten, glaube ich, insgesamt. Und dann geht das halt los. Ach so, okay. Und jetzt ärgern sie sich alle, dass sie ihre Bunkerbomben schon auf mich geworfen haben und keiner mehr über mich haben. Mu ha 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 ha. Wart ab. Gucken, was das kommt. Nee, ich glaube, ich werde jetzt sowieso sterben. Komm in die Gänge! Nimi, tschüss! Na, sie sind jetzt nicht selbst dabei, oder was? Mu ha 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 ha. So, ja, damit hat's, äh... Doch, gerade die gewonnen. Sieger durch pure Kompetenz und eigenes Können. Genau, du hast da nicht nur rumgestanden. Ach, sei leise. Das hat keiner gesehen. Das hat doch keiner aufgenommen oder so. Ich habe versucht, rauszukommen. Ach, ja, wunderbar. Penguin war der Wurm der Würmer. Kirk hat den Lemming-Preis erhalten. Danke, den hat er schon. Penguin gewinnt den Kakerlaken-Preis fürs Überleben. Oh ja. Den weiß er sehr zu schätzen. Die Muzio hat sich nur unter der Bettdecke versteckt. Ja. Team Motality hat uns gut unterhalten. Ja, hab auch ordentlich damit meinen Würmern hantiert. Team Tracina war am genauesten. Und Team Tracina hatte die beste Strategie. Oh, geil! Yes! Gut, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Verrückte Kisten. Wir haben weniger Munition, weniger Waffen im Arsenal. Dafür fliegen uns gleich jede Menge Kisten auf den Deckel. Da ist ein Ritterhemden-Nachstritt. Wie geil! Da ist ein Ding drin. Außer möchte ich noch Beschwerde anmelden. Mu hat mich am Anfang einfach vergessen. Da standen! Oh. Okay, wir haben hier jetzt... Wer ist denn gerade dran? Ah, Kitty ist dran. Kitty! Das mit den unschuldigen kleinen Engelsdingern drüber ist immer Kitty, weil die garantiert unschuldig sind. Komm in die Gänge! Genau. Jetzt bin ich mal gespannt, macht es einen Kundschuss? Hallo, Wind! Wo ist die denn hingeflogen? Hallo, Wind! Der war ziemlich stark. Und da kommen die nächsten Kisten. Also wer ganz oben sitzt, hat ganz gute Chancen, sich jetzt hier seine Würmer irgendwie zu equippen. Von dem ist jetzt immer die Reichweite von Minen, ist sehr trügerisch. Oh ja. Ich habe gerade direkt eine vor der Nase. Es ist ein bisschen doof, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Magst du uns mal austesten, wie hoch die Reichweite ist? Einfach mal langsam rangehen, damit wir das sehen, ob wann die entzündet. Bitte. Nee, ich habe aber eine andere Idee. Mutality Selbstzerstörung Teil 2. Wenig Munition. So, Mine entschärft. Oh, ist ja langweilig. Das ist unser Geschäft. So, was mache ich jetzt? Ja, nicht viel zu tun hier. Ups. Da war was im Weg. Ja, genau. Wow. Uh, da ist das explodiert bei Flora. Das kann durchaus passieren, ab und zu. Der explodiert hat einfach mal Dingo und ziehen den 46 HP ab. Out of nowhere. Die doofen Kisten sind das. Ja, das passiert ganz automatisch. Was sind eigentlich diese blauen Kisten? Nice, scheiße. Ah, ja. Die blauen Kisten geben dir bloß die Mission. Au, oh, 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 oh Gott. Und die anderen Kisten geben dir Wachen. Ich lebe noch. Er sammelt die Würmer da unten. Merkste was? Ja. Ich hoffe noch, dass hier keiner irgendwelche Bunkerbomben oder Luftschläge hat und ich für einiges nicht dementsprechend in der Ruhe stehen kann. Ich sehe hier oben gleich eine sehr große Explosion auf uns zu kommen. Ja, und ich stehe daneben. Äh, was haben wir denn da? Inja-Seil? Ja, ist ein bisschen schwierig jetzt hier an Munition zu kommen, wenn man da ganz außen steht. Was ist ein Flammenfaust? Flammenfaust macht einen Schlag nach oben. Ein Schlag nach oben? Ich war Street Fighter. Ah, okay. Du hast noch 10 Sekunden. Äh, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Einfach Leertaste und dann springt er nach oben. Ich mit dem Raketenwerfer! Das war nicht der Flammenschlag, möchte ich an der Stelle betonen. Ja, ich weiß, ich habe dann noch nachher die Versuche genommen und mir gesagt, komm, du kommst sowieso nicht raus. Guck mal, sie hat einen Pac-Man gemalt. Wow. Oh nein, oh nein. Nein, ich finde das nicht fair. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Heilige Scheiße ist der weit geflogen. Und sie selbst ist auch weg? Eingetroffen! Wo ist der andere Wurm hin? Wo ist der andere Wurm hin? Da war doch auch noch einer! Ach Gott, was soll der denn hier? Was haben wir denn hier? Das ist unser Business. Okay, jetzt wo da ohne die ganzen Kisten wechseln, dann komme ich doch auch mal. So. Jetzt habe ich auch Zugang zu... Oh, das Feuer breitet sich aus. Vorsicht, Leute. Schon wieder, Kitty. Wuuuuh. Kitty ist ja irgendwie das Opfer von random Kistentreffern. Ja, das ist das Feuer, was sich ein bisschen ausbreitet. Und wenn es dann eine Kiste trifft oder so, dann tut es halt weh. Ich bin ja mal gespannt auf die neuen Kisten. Oh, hier sammeln sich da unten bei Flora. Vorsicht, Flora, unser nächster Terminator. Das ist vielleicht nicht die optimalste Karte, die ich ausgesucht habe hier. Ja, ich glaube, sie ist ein bisschen klein. Oh, was ist das denn? Irgendjemand wird gerade gegrillt. Ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden und es hatte nicht genug Reichweite. Nee. Gott sei Dank. Oh, das weiß ja auch so cool aus. Es hieß Donnerschlag oder Blitzschlag oder so. Voll gut. Und dann passierte nichts. Pff. Oh ja, was soll der denn da unten machen, ja? Haha, du konntest auch nicht schießen. Blitzschlag ausprobieren. Wenn sie ihn hat. Ich habe, glaube ich, keine Kiste gesammelt, von daher müsste sie einen haben. Von Anfang an. Ich habe meinen ja auch gehabt. Ein paar Wörter haben random Sachen. Oh. Fancy. Oh. Oh. Das stinkt mir. Sie sah laut aus. Ja. Ja. Wie sind die Plätze ein bisschen suboptimal, wo man startet. Ja, wir schießen das nochmal nach unten durch. Oh, Kitty ist dran. Kitty hat eine Kiste direkt neben sich. Und unter ihr Kirk. Aber durch eine Mine gesichert. Ich nenn's mal gesichert. Klar, weil dem auch nie was passieren würde. Genau. Kirk ist nicht der. Klasse, Granate. Nein, ich nimm das weg. Das willst du nicht. Oh, natürlich genau da, wo er ist. Er explodiert. Oh, Traum. Bitte schön, Graf. Oh, Gott, die Kraft. Schön, wie Graf geschrien hat. Super. Malerisch. Ich fand den Worf gut. Oh, ja. Der war gut. Und jetzt ist genau er dran. Nicht auf Cleo. Doch, auf Cleo. Was ist das denn? Nein, die kann ich leider jetzt noch nicht einsetzen. Clustergranate. Und jetzt geht's los. Tschüss, Cleo. Und tschüss. Wer Captain Kirk angreischt, muss leiden. Warte du nur auf! Oh, Gott. Alter, wie viele Kisten sich da oben sammeln. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, und hier unten bei Flora. Und da unten, ey. Boah. Flora hat einen ganzen Gemüsegarten voll mit Waffen. Wie die da aufeinander stehen, das ist auch geil. Doc versucht jetzt, an die Waffen zu kommen. Bin mal gespannt. Hurry up. Jetzt bin ich mal gespannt. Schaffst du den Sprung? Nein. Neun Sekunden noch. Mit Zeitbegleitung ist das halt echt stressig. Oh, ja. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Das ist aber auch scheinbar. Das ist ein Symproform. Tracina ist dran. Tracina, du hast vor der Waffenkiste. Äh, ja, ja. Da kann man draufschießen. Na rechts von dir ist so ein Gelber. Nein, nein, nein. Der tut nix. Der guckt nur. Er ist bösartig. Uff. Ich werde dich nie zusammenkommen. Ja, Mama? Wo hast du noch? Ja, gib sie. Ich hatte schon gehofft, dass du jetzt den Wurm trifft. Ich hätte ja die Buzi probiert, um einfach die Kisten entdeckend zu jagen. Eben. Das wäre tödlich gewesen. Aber gut. Für beide wohlgemerkt. Ich wusste nicht, wie ich es machen soll, damit ich wirklich die Kisten treffe und nicht irgendwie eine Granate scheiße schmeiße. Das ist einfach mit dem... Mit irgendeinem Gewehr auf einer der Kisten. Der Rest hätte sich einfach automatisiert. Oh, Flora geht ernten. Nein, das ist... Das ist nicht wie das. Nein. Oh, 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 oh. Schweigen habt. Ah, noch da ist gedacht. Die ist interessant. Das hätte auch schlimmer enden können. Oh ja, was war das? Superbunkabombe. Okay. War lustig. Gebe ich zu. Boah, sind da viele Kisten. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, shit. Nein, das möchtest du nicht wirklich. Ups. Oh! Mann, no. Oh Gott, neue Kisten. Und alle landen sie wieder in Floas Garten. Oh, doch, guck mal. Die kommen näher. Mal gucken, ob er mit dem Nächsten es schafft, da hochzuklettern. Nein, den Plan habe ich aufgegeben. Ich mache es mir jetzt einfacher. Renéportation! Richtig. Erstmal die Lebenspunkte sichern. Dieser Turm über, was ist das, Spock oder Kirk da oben, ist irgendwie traumhaft. Ja, ne. Ich warte nur darauf, dass irgendjemand da was reinschießt, aber diese komplette obere Hälfte explodiert. Ähm. Und cool? Ups! Das war zu weiß. Schade. Happy. Naja, egal. Knapp daneben. Knapp daneben ist auch vorbei, jup. So, neue Kisten. Oh Gott, guckt euch das an. Oh Gott. Einfach auf die Leertaste drücken und laut kichern. Das waren jetzt drei Kisten. Vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Die Katzen sind schwer bewaffnet, Leute. Vorsicht. Jetzt kann sie einfach auf den anderen Kisten draufhalten und wahrscheinlich eine riesige Explosion erzeugen. Ja, aber da würdest du wahrscheinlich auch mit drauf geben. Oh nein. Oh, sie hat Dinge bekommen. Oh, oh. Oh, oh. Au. Okay, das war jetzt nicht ganz so spektakulär. Naja, der Toben da oben ist weg. Okay. Das stimmt. Aber sie hat doch so ganz knapp sich selbst nicht getroffen. Man sieht das Feuer so direkt davor von dem Wurm und dieses typische cool Geister und look at Explosions. Er schaut einfach drüber hinweg, weil... Das war nicht, Taktik. Ach ja. Hm, 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 hm. 111 Leben ist ja der Wahnsinn. Nee, der wartet noch. Der Volk ist dezermin, die wir alle sind. Da gibt's mehr. Wo war es halt, weil sie bei 155? Na gut. Da hat er auch versuchen können. Ah, tschüss. Der konnte nicht allzu viel machen. Jetzt ist Doc dran. Yippie. Aber leider mit dem falschen Wurm. Neue Kisten für die Katzen da oben. Oh, ein erster Heschefäckchen. Wie schön. So, Doc hat neue Munition. Für irgendetwas. Papierpfleger. Ach so, Blitz. Entschuldige, der Blitz. Ich verstehe nicht wirklich, was der tut. Ich drücke und es kommt ein Blitz raus und das macht keinen Schaden. Nee. Wenn ihr da draußen wisst, wie der Blitz funktioniert, schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es mal in die Kommentare, ich will den beim nächsten Mal erfolgreich benutzen. Okay. Ähm. Ja, unseren Doc haben wir uns hier entledigt. Ach, sie hat teleportiert. Schelm. Ich würde sehr weit nach oben teleportieren, damit du an die Kisten kommst. Okay, die hat da oben 141 Leben. Und ich nur mal zu merken. So. Vielleicht hier eigentlich auch das Wasser? Äh, ja, aber erst... Hallo? Bitte kommen, großer Vogel! Nein. Ja, krass, ey, wieder... Mein Spock, ey, das wird volles Feuerwerk da oben. Oh ja, einfach mit dem Raketenwerfer nach oben halten und freuen. Pssst. Okay, wie ihr wollt. Nein. Klar, ich, äh, ich bin gespannt, was das gibt. Wann hätte ich gekannt, so haben Spock. Oh oh. Alva, nein! Was tofst du denn da, Kitty? Nein! Das war doch so, 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 so. Ja, das ist ein perfektes Bock im Gang. Das ist ja der Wahnsinn! Ich fühle mich betrogen! Ja, Schuhe ist eingetroffen! Da bringe ich sie, da schaust du sowas zu tun, aber funktioniert es nicht. Der Wahnsinn! Was schenkt, Master? Das ist, oh, eine Lichtschwelle, das ist eine Lichtschwelle, eine Lichtschwelle... So, da werde ich jetzt auch mal die Katze verschonen. Einfach nur für den Glanzschuss. Und, oh ja, der steht gut. Aber, Moment, nee, warte mal. Das geht, glaube ich, schief. Was schenkt, Master? Erschneid, du fokussieren, die Katze. Äh, was haben wir denn hier? Ich muss ja gucken, was ich hier... Oh, doch. Die wollte ich schon immer mal ausprobieren. Oh Gott, jetzt kommt's. Was ist das denn? Oh Gott, die alte Oma, richtig. Die Oma. Was? Schuss Commander. Wow! Oh, Schuss Commander! Halte! Die gekreischt haben, vor allem, als die Oma auftauchte. Ja. Tut mir leid, ich hatte nur die Oma. Oh, Wahnsinn. Oh, Hammer. Hallo? Ja, sorry. So! Boah, krass, ey. Seine erste Kiste hier unten, ne? Könntest du da hochschießen? Ich hab keine Ahnung. Oh, deine zweite. Tatsächlich meine zweite. Ich probier jetzt einfach mal was ganz Mutiges und hoffe mal, dass der Wind auf meiner Seite ist. Okay, ist ja nicht. Schade. Ne, mit Granaten, äh, das Wind nicht klar. Das Problem ist, ich habe eine Waffe gefunden, bei der ich keine Ahnung habe, wie sie funktioniert. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt aus der Luft gejagt. Wie heißt sie denn? Büffel der Lügen. Okay, den kenn ich auch nicht. Verdammt. Die Kiste pflegt ganz weit nach unten. Beinahe war sie gelandet. Ich kann die auch mal gebrauchen hier. Büffel der Lügen ist, glaube ich, die Statue, die HP bringt. Ah, okay, dann kannst du sie hinstellen und dann gibt sie HP und allem im Kreis, also allen Gegnern zieht sie HP ab pro Runde. Klingt lustig. Oh, schade. Sie ist runtergefallen. So, Spock. Das war jetzt schön, nicht gekannt zu haben. Ah, falscher Knopf. Na, Mann, ey, diese Fuck-Knöpfe. Ich wollte das Leben haben auch. Hättet ihr mal ins Leben reinspringen können, dummer Wurm. Zudem ist, bei so einem hohen Fall kriegst du halt immer Schaden. Ja, das ist voll bescheuert, echt, ey. Wie sie alle irgendwie versuchen, Spock zu grillen und das funktioniert einfach nicht. Oh Gott, Kitty geht wieder an. Ja, da merkt man eben, wer das Spiel kann und wer das Spiel überhaupt nicht kann. Spock ist ein Profi, eindeutig. Wir hatten ja letzte Woche den Blackfade dabei, der war auch neu und hat auch ein paar lustige Dinge abgezogen. Nächstes Mal ist der Nossi dabei, der könnte das Spiel auch kommen. Also bin ich ja mal gespannt. Jetzt tut's weh. Oh, boom. Und Gift dabei und zwei Würmer weg. Und beide gehen. Live long and prosper. Ich hab's gekriegt, Zeit. Hey, boah. Da war mal Dekko über mir. Kann mir jemand erzählen, wo die hinverschwunden ist? Ist nix passiert, was? Hier gibt's nix zu sehen. Nassu ist eingetroffen. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh bei mir? Ähm, hallo? Soviel zum Thema, dass es die Statue, die Dinge tut. Oh Gott, der lässt die Tiere los. Das war so eine Art Schaf. Ist ja auch Docks Zoo, der gegen den ihr das spielt, also bitte. Ja. Holt er meinen Stier aus der Tasche. Großartig. Echter Fan. Sehr schön. Haru, haru. Oh, die 3 solltest du ja vielleicht auch noch holen. Äh, was ist das denn? What the heck is that? Einfach ausprobieren. Kann nicht schief gehen, wie ich gerade demonstriert habe. Genau. Mehrfach. Okay. Mal ausprobieren, ne? Ach, das war diese Superbombe. Die hatten wir vorhin schon. Die geht dann auch nach links und rechts. Schön, wie du auf der Kiste geleitet bist. Und nicht eingesammelt hast. Hey, present! Jetzt bin ich dran! Hm. Ja, jetzt haben wir zu sein. Wie eine alte Kiste in der Luft hängt vor allem. Nee, die hängt nicht in der Luft. Ja, ein Pixel ist übrig. Super! Das ist voll bescheuert. Kirk war nett, dich gekannt zu haben. Ich glaube, die letzte Mission hat es angebrochen. Kirk ist um zu runter. Ja. Schön, zu sagen, good bye! Au. Knapp. Wir werden nicht Husten sein. Nein, er lebt noch! Nein, er lebt noch! Nein, er lebt noch! Er lebt noch! Es sind acht mehr die als er braucht. Er ist eingetroffen! So krass verbombt ist, ey, ist der Wahnsinn! Ich weiß gar nicht, woher das kommen könnte. Das ist ein paar Business. Mu, da sind Kisten vor dir. Willst du dich einfach in die Luft jagen? Guck mal, ey, der Pro ist jetzt am Berg. Ja, man versucht ja. Ich hab doch noch Quatsch, dass er einfach eine Mine fallen lässt und sich selber reinsetzt. Aber ich kann da dann nichts... Ich geh weiter nach oben. An die Quelle. Ich hab... Die Quelle des Böds. Ja, so ein bisschen schade. Ich bin absolut tödlich im Nahkampf, aber ich seh ihn nicht. Hallo? Oh, der Doc fängt an, hier einen Gemüsegarten aufzubauen. Und da geht er an. Oh, nein! 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 Oh, nein! Großartig, das war sein letzter Rund. Was war denn in den Kisten drin? Hat sich deswegen gesinnt. Nein, man kriegt ja keine Einwendung. Ich dachte, ich springe halt ein Stück wieder hoch. Und dann springt der halt so total inkompetent und segelt runter. Oh, diese Runde war bitter. Ganz bitter. Ich mochte die davor irgendwie mehr. Oh, Gott. Ich wollte doch nur einmal Napalm auf die Spitze des Turms werfen. Ein... Jetzt geht's los. Oh, das war dumm. Das ist aber nicht weit geworfen. Scheiße! Was für eine schein Waffe, ey! Und da war eine heilige Granate in der Kiste drin. Ja. Ich schnapp dich! So, damit bin ich auch raus. Selbstmordkommando ist erfüllt. Aber jetzt bist du mit einem ordentlichen Effektgewitter gestorben. Ich möchte an der Schlimmethode, ich habe das Selbstmordkommando vorher erfüllt, ja? Wenigstens den Erfolg habe ich mir gesichert. Aber ich habe den epischen Abgang hinbekommen. Verdammt! Hallo? Nichts gönnst du mir. Sogar mit heiligem Chor! Mhm. Ja, die würden für mich sowieso nicht singen. Oh Gott. Einfach nur geil. Bei dem Spiel macht es ja fast mehr Spaß, sich selber umzubringen, als die anderen. Oh ja. Oh nein, ein Schaf. Nein, pack das weg. Pack das weg. Nein, pack das weg. Boom. Tschüss, Kirk. Oh, du bist auch getroffen worden. Und da hat sie direkt ein nächstes Team vor sich sitzen. Oh Gott. Also Kitty ist so unsere Springmeisterin, würde ich sagen. Oh ja. Die verrückte Kitty. Eigentlich müssten ja jede Runde mehr Kisten kommen, damit es immer zu mehr Explosionen kommt. Oh ja, das wäre schön. Noch mehr Spielzeug für Kitty. Nein, nein, noch mehr Explosionen für Kitty. Oh, da gibt es jetzt gleich Ärger. Oh, oh, ist das böse. Oh, ist das böse. Eine Miene vor die Nase geht, sehr schön. Böse, Mann. Ganz, ganz böse. Ich muss ja meinen Ruf wieder verteidigen. Ich habe ja die letzte Runde nur Götzchen gebaut. Hallo? Bitte kommen, großer Bogen. Und sie hat immer noch das Schaf in der Hand. Pack das weg. Schaf ist doch vollkommen harmlos. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wahrscheinlich macht es auch nur eine Säule, die Lebenspunkte gibt. Bitte kommen, großer Bogen. Komm in die Gänge. Nein. Oh, sie versucht es aufs Klasse. Ist das schade? Bitte kommt zurück. Uh, warte mal. Äu, halt mal da nur. Jetzt bin ich tot. So, ich werde es jetzt klassisch beenden, würde ich sagen. Also, wie springst du in deinen Tod? Nein. Hi, Kiki. So, also vielen, vielen Dank erstmal an alle, die heute mitgemacht haben. Immer wieder gern. War großartig und es hat echt Spaß gemacht. Nein, wo rollst du hin? Oh, oh. Nein. Ja, was ist das? Großartig, Mu. Großartig. Weil die doofe, blöde, heilige Granate weggerollt ist. War wohl doch nicht so heilig, wie du gerne gewollt hättest. Wer macht denn Granaten noch rund? So was, so was doofes, gär? Wie geht das nur? Nein, jetzt gibt es doch ein erstes Hilfendeckchen. Nein. Großartig. So. Jetzt sind jetzt noch Kitty und wer ist noch drin? Mu immer noch mit einem letzten Wurm. Ah, okay. Spock oder Kirk oder so? Nein, es ist Mutality. Nee, mit Mutality. Oh, er selbst. Der Commander selbst hält das Fels. So, so. Okay, das hat nicht so geklappt. Platsch. Wir versuchen es nochmal. Jetzt schmeiß daneben. Ja, ich versuch's. Ja, ja. Kisten. So. Was haben wir denn hier? Ich versuch's nochmal. Mit der Banane. Bist du wahnsinnig? Die Banane. Hi. Banane schlägt nach oben aus, sollte man dazu erwähnen. Oh. Da hast du aber echt Glück gehabt jetzt gerade. Das wärst du bereit. Okay, das war's mit Kitty. Mu hat gewonnen. Juhu. Verdien. Yay. Buh. Schiebung. Buh. Schiebung. Mit einer Banane hab ich Kitty geschlagen. Okay. Ballert war der Wurm der Würmer. Fiesel hat den Lemming-Preis erhalten. Ach was. Den besten Schuss hat sowieso Kitty heute gekriegt. Als sie Spock umgangen hat. Oh ja. Ballert gewinnt den Kakerlaken-Preis fürs Überleben. Ballert sollte in einer Apotheke arbeiten. WTF. Den kannte ich noch nicht. Team Kitty City hat uns gut unterhalten. Oh ja. Gern geschehen. Immer wieder gern. Team Doc Ratti hätte es gleich bleiben lassen können. Häppü. Oho. Und die Mutter, die war im Genaueschen. Ja. Das war's dann erstmal für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr heute alle wieder mit dabei wart. Doc Ratti, Tracina und Kitty City. Immer wieder gerne. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Oh ja. So. Und wenn ihr Langeweile habt da draußen, klickt wirklich mal unten in die Videobeschreibung auf Tracinas Link oder auf Doc Ratti's Link. Dann, ja, abonniert sie, denn es lohnt sich. Macht's gut. Bis bald, euer Mu. Tschüss. Ciao. Tschöle. Tschö.